Soviel sei vorab verraten, ein Friseur ist an Julian definitiv nicht verloren gegangen. Die Sängerin und der Kicker genießen derzeit ihren Urlaub und haben nach ihrem Aufenthalt im italienischen Sardinien einen mehrtägigen Zwischenstopp in den Bergen Tirols gemacht, um dort auf Wandertour zu gehen. Im Sparbereich ihres Hotels hat die Sängerin sich am Mittwochabend allerdings bei einem Sturz ihren Handknochen angebrochen und läuft seitdem mit einem dicken Gipsverband durch die Gegend. Weil es ausgerechnet ihre rechte Hand getroffen hat, ist die Kölnerin aktuell nun ziemlich eingeschränkt. Glücklicherweise steht ihr Ehemann Julian jedoch stets zur Seite und hilft, wo er kann. So half der werdende Vater seiner Frau am Donnerstagmorgen auch beim Frisieren ihrer Haare und tat sein Bestes, die Mähne der 28-Jährigen in den Griff zu kriegen. Schatz, bist du bereit für deine erste Hochsteckfrisur? fragte Sarah ihren Mann in ihrer Instagram-Story, der sich für sein Frisurendebüt bereits mit einer Haarklammer bewaffnet hatte.